Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zur neuen Wochenbotschaft für die Woche vom 18. November bis zum 24. November 2024. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Schön, dass ihr mit dabei seid. Danke fürs Zuschalten. Ich hoffe so wie immer, dass es euch richtig gut geht. Solltest du jetzt hier bei mir ganz neu sein auf dem Kanal, dann begrüße ich auch dich ganz herzlich. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Okay, ihr Lieben, so wie immer stelle ich euch erst einmal die Kartendecks vor, die ich heute mitgebracht habe. Ich habe hier immer sehr schöne Kartendecks dabei. Vor dir siehst du das Barock-Tarot. So, dann verwende ich das Floralis-Lenamore von Chrysantra. Auch mit dabei das Blessed Bee-Orakel von Lucy Cavendish. Dann verwende ich das Monology-Messages-Orakel von Jasmin Boland. Und zu guter Letzt, um das Reading abzuschließen, verwende ich Glücks-Mantras für Alltagsheldinnen. Ja, ist ein sehr, sehr schönes Deck, wie ich finde. Das sind alle sehr schöne Decks, davon mal abgesehen. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, wir starten mit der Wochenbotschaft für die kommende Woche und schauen ganz einfach mal, was nächste Woche so kommt, was die wichtigen Botschaften sind und womit wir so konfrontiert werden, was die wichtigen Hinweise sind. Und denkt bitte daran, das hier ist natürlich eine ganz allgemeine Legung. Nicht jeder von euch muss oder kann damit in Resonanz gehen. Und deswegen würde ich sagen, wir starten mit der Wochenbotschaft für die kommende Woche. Okay, was sind also die Hinweise für die kommende Woche? Was kommt nächste Woche? Was sind die Energien? Wann war es? Genau, der 18. bis 24. November. Was kommt also nächste Woche? Was bringt die kommende Woche dem Kollektiv? Die Energien bitte für die kommende Woche. Der 18. bis 24. November. Die Energien bitte für die kommende Woche. Nummer 1. Ah, okay. Bitte weitere Einsichten. 18. bis 24. November nächste Woche. So, ich hätte ganz gern noch drei Karten. Ja. So, noch zwei bitte für die kommende Woche. Der 18. bis 24. November. So, okay. Noch einer. Sehr schön. Okay. So, ihr Lieben. Das Ganze lege ich euch erstmal ordentlich in die Kamera. Und dann geht es auch schon los mit der Wochenbotschaft für die kommende Woche. Ich denke, das können wir jetzt erstmal ruhig so gelten lassen. Ihr Lieben, ich beginne und zwar mit der Energie, mit der Karte, jetzt hier unten drunter. Und diese Karte ist auf jeden Fall natürlich für die kommende Woche ein wichtiger Hinweis in Bezug darauf, was uns nächste Woche erwartet. Sie hat eine größere Bedeutung. Und ich würde sagen, wir starten mal mit der unterliegenden Energie für die kommende Woche. Und da haben wir, krass. Okay. Wir haben hier den Tod. Der Tod, ihr Lieben, ist eine Energie der Transformation. Es ist auch eine Energie, wo es an der Zeit ist, etwas, vielleicht auch jemanden loszulassen. Und eine Energie des Abschieds. Also das kann es hier wirklich bedeuten, dass du in der nächsten Woche in irgendeiner Art und Weise Abschied nimmst von etwas, vielleicht auch von jemanden. Es geht um eine Transformation. Etwas wandelt sich. Etwas verändert seine Form sozusagen. Es kann bedeuten, dass auch hier wie eine Art Wiedergeburt stattfinden kann. Weil der Tod ist auch eine Energie der Wiedergeburt. Ja. Wenn etwas Altes endet, beginnt auch gleichzeitig etwas Neues. Auch wenn wir das oftmals nicht gleich sofort erkennen können. Ja. Ich habe auf jeden Fall diese, ich bilde mir ein, diese Karte auch schon gesehen zu haben. Und ich habe wirklich das Gefühl, es geht ums Loslassen. Ja. Es ist hier ebenfalls auch eine, ja, Skorpion-Energie. Und wir sind gerade in der Skorpion-Zeit sozusagen. Und da geht es auch ums Loslassen. Das kann, es kann passieren, dass es noch einmal eine recht intensive Zeit werden kann. Weil der Skorpion auch ein sehr intensives Zielkreiszeichen ist. Und es geht einfach darum, auch etwas Altes loszulassen. Beziehungsweise auch, ja, um es einfach mal so auszudrücken, wie es ist. Um einfach etwas zu zerstören. Ja. Okay. Wir gucken mal, was haben wir denn hier? Das Rad des Schicksals. Das Rad des Schicksals ist eine Energie, wo, ja, das ist ständig in Bewegung. Es ist ständig in Bewegung. Also hier kann es bedeuten, dass jetzt etwas in Bewegung kommt. Es kann bedeuten, dass du in Bewegung kommst mit etwas. Weil etwas verändert seine Form. Etwas verändert sich. Wir haben quasi zwei Energien, die auf eine Veränderung hindeuten können. Ich meine, das Rad des Schicksals noch mehr als der Tod. Jetzt ist man davon abgesehen. Ja. Aber hier wird eindeutig gesagt, ein Zyklus geht zu Ende. Das Rad des Schicksals steht auch für Zyklen. Und hier geht ein Zyklus zu Ende. Und gleichzeitig beginnt auch ein neuer Zyklus. Ja. Das ist hier eine klassische Ende-Anfangsenergie, die wir hier auf jeden Fall sehen können. Ja. Etwas Altes wurde abgeschlossen, ist abgeschlossen. Und es kann auch sogar sein, dass man dem Alten noch einmal so ein bisschen hinterher trauert. Dass man hier und da noch einmal zurückblickt. Das ist völlig normal. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass hier ein Kreislauf vollendet ist. Wir haben hier noch die vierte Stäbe. Und die vierte Stäbe ist auch ein Hinweis auf eine Vollendung. Okay. Hier haben wir die fünfte Münzen. Das ist der Mangel. Es kann für einige von euch um das Thema Mangel gehen. Dass ein Mangelzyklus zu Ende geht. Dass hier etwas transformiert wird, was mit dem Thema Mangel zu tun hat. Oder auch Verlusten. Ja. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was alles rausgefallen ist. Ich habe diese Karte schon gesehen. Wir, ihr Lieben, starten mit der ersten Karte für die kommende Woche. Es sind die sieben der Schwerter, die sich hier zu Beginn zeigen. Das kann jetzt natürlich mehreres bedeuten. Ja. Und ich muss mir auf jeden Fall auch noch die anderen Karten dazu anschauen. Den ersten Impuls, den ich jetzt gerade bekomme. Es ist zwecklos, sich von Dingen oder vor Dingen wegzulaufen, die man einfach nicht vermeiden kann. In dem Fall ist es eine Veränderung, beziehungsweise auch eine Art Ende, eine Art Abschluss, eine Art Loslassen. Ja. Also hier kann es wirklich bedeuten, dass sich einige von euch bisher geweigert haben, etwas zu akzeptieren. Zum Beispiel einen Verlust. Oder wenn es wirklich darum geht, etwas loszulassen. Wie zum Beispiel auch negative Gewohnheiten, irgendwelche Denkweisen oder Süchte oder auch vielleicht tatsächlich Beziehungen aller Art. Ja. Das ist auch eine Energie, wo man sich oftmals auch aus dem Staub macht. Und gewisse Dinge einfach, naja, nicht irgendwie mit etwas konfrontiert werden möchte. Das ist durchaus auch eine Energie, die die siebende Schwerter repräsentieren kann. Aber die siebende Schwerter ist auch eine Energie, wo man sich über etwas oder jemanden einen Vorteil verschaffen möchte. Wo man sich vielleicht auch mit anderen vergleicht. Wo man vielleicht auch lügt. Wo man sich selbst oder anderen etwas vormacht. Also hier kann es auch um Täuschung gehen. Beziehungsweise um Selbsttäuschung. Es kann bedeuten, dass du dir in Bezug auf etwas oder jemanden etwas vorgemacht hast. Dass du zum Beispiel dachtest, dieses oder jenes bringt dir Erfolg. Dieses oder jenes bringt dir wirklich wahrhaftiges, ja wahrhaftes Glück. Was aber nicht unbedingt an dem so ist. Und das könnte einigen von euch jetzt bewusst werden. Weil ich habe das Gefühl, es geht in irgendeiner Art und Weise auch darum, einen sogenannten Traum, eine Illusion loszulassen. Ja, ich weiß, es ist jetzt wirklich erstmal die Botschaft, die muss man erstmal schlucken. Das ist mir bewusst. Aber trotzdem möchte ich ganz gern, ja, ehrlich sein zu dir und vor allem auch bleiben. Ja, natürlich kann es bedeuten, dass das Thema Hintergangenwerden hier auch eine Rolle spielt für einige von euch. Es kann bedeuten, ja, passt nächste Woche so ein bisschen auf für irgendwelchen Menschen, die tricksen. Die, die sich einen Vorteil verschaffen möchten, über dir, über was auch immer jetzt, ne. Also da vielleicht ein bisschen Vorsicht und wir gucken jetzt mal weiter. Die Karte, ich bin gespannt, ob ich richtig geguckt habe. Ja, es sind die 5. Kelche. Die 5. Kelche mit den 7 der Schwertern hier davor, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass einige von euch eine Art Verlust nicht wirklich sehen wollen. Oder aber, also ich nehme das so wahr, etwas wird nicht gesehen, etwas möchte nicht länger gefühlt werden. Man möchte sich nicht länger so fühlen, möchte nicht länger traurig sein, man möchte nicht länger enttäuscht sein. Man möchte nicht länger, ja, in dieser deprimierenden Stimmung sein, nicht länger traurig sein. Man versucht sich hier vielleicht auch irgendwie abzulenken, man versucht sich hier so ein bisschen davonzuschleichen, das Ganze bloß vermeiden wollen, ja, aber das Ganze lässt sich nicht mehr vermeiden. Also das bekomme ich auch für einige von euch rein. Aber die 5. Kelche, nebenbei auch noch eine Skorpionenergie. Wir haben jetzt zwei Skorpionenergien hier mit dem Tod und den 5. Kelchen. Und ja, auch wieder hier, es könnte durchaus sehr intensiv werden, emotional, das auf jeden Fall. Es kann passieren, dass man auch noch einmal mit einem gewissen Schmerz konfrontiert werden kann, mit gewissen Traurigkeitsgefühlen, mit gewissen Verlustgefühlen, mit einem Bedauern zum Beispiel auch oder mit Gefühlen von Enttäuschung, Trauer und so weiter und so fort. Und es ist ganz wichtig, der Wahrheit ins Auge zu sehen. Bei einigen von euch, ich sage es nochmal, ihr neigt dazu, euch selbst vielleicht etwas vorzumachen oder vielleicht auch gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Nein, mir geht es gut. Nein, ich bin nicht traurig. Das ist eine Leugnung. Eine Leugnung von dem, wie man sich eigentlich fühlt. Natürlich will ich damit nicht sagen, dass du nur traurig sein sollst, um Gottes Willen. Ich möchte damit sagen, verleugne nicht länger deine Gefühle. Es ist vollkommen okay, auch mal einen schlechten Tag zu haben. Es ist vollkommen okay, auch mal traurig zu sein. Ja, das ist in Ordnung. Ja, was hier geschieht? Ich denke, der Tod möchte hier ebenfalls sagen, es geschieht ja eine Wandlung. Etwas verändert seine Form. Und das ist auch oftmals mit gewissen Verlustgefühlen verbunden. Ja, man kann auch einer Sache hinterher trauern, wie zum Beispiel ein kaputtes Auto. Oder, ne? Ich denke, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Und das fällt mir jetzt ja auch gerade wieder ein. Spannend. Gut, wir gucken weiter. Was haben wir denn hier als nächstes? Die Achterkirche. Spannend. Das ist eine Woche des Loslassens, ihr Lieben. Es kommt eine Woche des Loslassens auf euch zu, auf uns zu. Hier geht es auf jeden Fall darum, sich von etwas oder aber jemanden zu verabschieden, was nicht oder nicht länger authentisch ist. Die siebente Schwerter, ich sage es nochmal, ist eine Energie des Selbstbetruges, wo man sich etwas vormacht, weil man etwas haben möchte, von dem man glaubt, dass es einem glücklich macht. Obwohl das nicht unbedingt an dem ist. Okay? Und hier geht es wirklich darum, loszulassen. Es geht darum, weiterzuziehen. Weil einige von euch jetzt auch das Gefühl haben, ja, einfach im Leben mehr zu wollen. Man wünscht sich Erfüllung. Man wünscht sich Geborgenheit. Man wünscht sich Glück und so weiter. Das alles, ne? Und jetzt könnten einige von euch begreifen, okay, das, von dem ich dachte, es würde mich glücklich machen, macht mich eigentlich gar nicht glücklich oder nicht mehr. Ja? Das ist hier auf jeden Fall zu sehen. Und der Tod sagt, etwas hat sich, sprich, oder buchstäblich tot gelaufen. Denn, ja, es ist Zeit, Abschied zu nehmen von etwas. Es kann doch sein, dass einige von euch jetzt tatsächlich Abschied nehmen von einem alten Ich. Oder dass einige von euch jetzt nun einfach sich auch verändern. Du veränderst deine Werte. Du veränderst deine Prinzipien. Du veränderst deine Denkweisen. Das kann auch eine Art, naja, Verlust sein, wo man, naja, etwas loslässt, was man einmal gewesen ist. Ja? Zum Beispiel auch gewisse Charaktereigenschaften einfach loslässt. Ja? Also worum es auch immer wirklich geht. Es geht ums Loslassen. Es geht ums Weiterziehen. Es geht darum, alles loszulassen, was nicht oder nicht mehr authentisch ist. Und vor allem geht es darum, auch ehrlich zu sein. Wenn es darum geht, ja, wenn es um die eigenen Gefühle geht. Wenn es darum geht, sich, ja, wie man, ja, ja, ich glaube, du weißt, was ich versuche gerade mitzuteilen. Sei ehrlich darüber, wie du dich wirklich fühlst. So, das möchte ich sagen. Okay, was haben wir hier? Der König der Schwerter. Der König der Schwerter ist natürlich eine Energie, die sehr kopfgesteuert ist. Entweder ist es wirklich so, dass du in der nächsten Woche sehr kopfgesteuert bist und versuchst, etwas logisch zu erklären, warum und weshalb du dich fühlst, wie du dich nun einmal fühlst. Anscheinend traurig, enttäuscht und so weiter und so fort. Deprimiert, ne? Deswegen kann es sein, dass du das versuchst, wirklich mit deinem logischen Verstand erklären zu wollen und dir zu sagen, nein, jetzt ist auch mal Schluss. Ich muss mich hier zusammenreißen. Das geht jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht fühlen. Ich muss jetzt, ähm, ich muss funktionieren. Ich kann jetzt nicht schon wieder, ne? Also solche Energie nehme ich hier wahr für einige von euch. Was ich auch sehe, ist, dass durchaus der Schwertkönig hier einer Art gegenüber sein kann und dass hier ein Verlust eine Rolle spielt. Also zum Beispiel eine Trennung von diesem Menschen. Und was ich ja auch interessant finde, ist, dass diese beiden Menschen, sowohl, also die jetzt auf den Achterkirchen und auf den Fünfterkirchen abgebildet sind, die gucken schon in diese Richtung, ja? Das heißt, man wendet sich hier von dieser Energie, von diesem Menschen ab, ja? Also hier geht es noch einmal um das Loslassen. Das Loslassen zum Beispiel von einem bestimmten Menschen, wenn es bei dir um einen Menschen geht und oder von gewissen Prinzipien, von gewissen Wahrheiten, die nicht mehr unbedingt wahr sind für dich, die sieben der Schwerter, ja? Es kann natürlich auch bedeuten, die sieben der Schwerter ist auch eine Energie der Wiederkehr. Es kann bedeuten, dass hier noch einmal eine Thematik wiederkehrt, weil scheinbar noch nicht richtig losgelassen wurde, weil scheinbar noch etwas vielleicht nicht geklärt wurde, ja? Etwas kehrt hier also wieder. Du bekommst hier also die Chance, etwas zu klären, zu heilen, wirklich loszulassen und dir nicht länger über etwas oder jemandem etwas vorzumachen, ja? Weil die Zeit zum Loslassen ist gekommen. Der Tod sagt es, ja? Und ich habe auch das Gefühl, dass für einige von euch die nächste Woche die Woche sein wird, wo richtig losgelassen wird. Weil ein Zyklus geht zu Ende und ein neuer Zyklus beginnt. Es können sich noch einmal, ich wiederhole mich, Traurigkeitsgefühle zeigen, aber ich habe das Gefühl, das wird gewandert. Gebt ihr ebenfalls auch Zeit? Gebt ihr Zeit, weil so ein Verlust, das, ja, etwas Verlorenes zu verarbeiten, das braucht Zeit, ja? Und ich sage es nochmal, wir sind jetzt aktuell in der Skorpionsseason, in der Skorpionszeit. Das wird also hier und da noch einmal intensiver werden, gefühlstechnisch. Und vor allem, weil wir jetzt hier eine Wasserenergie haben mit Skorpion und hier die 5 und die 8 der Kelche, ja? Wir haben hier also zweimal Kelchenergie und zweimal bis jetzt Schwertenergie. Das ist so eine Kopf-gegen-Herz-Geschichte, ja? Der König der Schwerter, der hat es nicht unbedingt mit Gefühlen, aber auch ein Schwertkönig kann hier und da auch emotional werden. Ja? Das heißt, man wird hier noch einmal mit Gefühlen konfrontiert. Einige von euch, ihr könnt jetzt sagen, nein, nicht schon wieder, ich will nicht, ne? Es kann sogar sein, dass einige von euch sich ablenken, nur um nicht wieder traurig zu sein, um das nicht zu fühlen, bewusst oder unbewusst. Aber es zeigt sich ja dann noch etwas. Okay, was haben wir hier? Die Königin der Kelche, ja? Die ist durchaus sehr sensitiv, die ist auf jeden Fall sehr gefühlvoll und wenn ich mir das jetzt so anschaue, ein Schwertkönig und eine Kelchkönigin, ihr Lieben, das passt nicht. Das passt nicht zusammen, weil sie ist sehr, sehr im Gefühl, dieser hier, der Schwertkönig, ist sehr im Kopf. Das ist jemand, der will alles begreifen, der ist sehr logisch veranlasst, ja? Das ist jemand, der braucht Fakten, während die Königin der Kelche sich intuitiv leiten lässt. Okay? Also wir haben hier sehr viel Gefühl. Ich denke jetzt ganz einfach mal, du bist jetzt hier dargestellt, als Kelchkönigin, bist sehr sensitiv, sehr gefühlvoll, vor allem nächste Woche. Ich sehe auch, es geht darum, auch Gefühle einfach mal zu zeigen und einfach auch mal, was das angeht, sein Stolz zu überwinden und sich einzugestehen, wie man sich hier wirklich fühlt. Ja? Und ich sage es nochmal, hier gibt es jemanden, der leugnet, wie er sich fühlt. Das kannst du sein, das kann aber auch ein Gegenüber sein. Ja? Das ist hier auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also es geht hier um das Loslassen. Und was ich ganz interessant finde, der Schwertkönig schaut, oder so sieht es zumindest aus, schaut mehr so in diese Richtung, genauso wie der Mensch, der auf den Sieben der Schwerden abgebildet ist. Die schauen jetzt so in diese Richtung, während die Kelchkönigin und die beiden Herrschaften jetzt hier auf den beiden Karten schauen in diese Richtung. Das heißt, man geht getrennte Wege. Man schaut in unterschiedliche Richtungen. Man möchte etwas anderes. Du und jemand anderes. Du und dein Gegenüber. Wer auch immer das ist. Ihr wollt hier unterschiedliche Sachen. Ihr seid wahrscheinlich auch komplett unterschiedlich. Kelchkönigin, das passt nicht. Ja? Hier ist jemand eher im Verstand, während du eher im Gefühl bist. Das kann auch umgekehrt sein. Ja, ich kenne dich jetzt gerade nicht. Das weißt du jetzt am besten. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ihr Lieben. Vielleicht ist es auch so, dass du dir vielleicht auch einfach Hilfe suchst von jemandem, der sehr neutral auf das Ganze schauen kann, auf deine Thematik. Vielleicht holst du dir wirklich Hilfe von einem Berater. Das Schwertkönig kann auch ein Berater sein. Jemand, der sehr gut reden kann. Jemand, der ein sehr guter Berater ist. Jemand, der sehr gut artikulieren kann. Und so weiter. Von so jemandem könntest du dir vielleicht auch Unterstützung suchen. Es geht hier also um das Loslassen noch einmal nächste Woche von allem, was nicht authentisch ist. Es geht hier darum, vergangene Gefühle loszulassen, zu transformieren, sich nun wirklich davon zu verabschieden und nicht länger darauf zu schauen, was doch einfach, was doch damals in der Vergangenheit geschehen ist. Es geht also darum, das zu verarbeiten, jetzt auch einfach mal loszulassen und sich einfach auch mal anderen Dingen zu widmen, anstatt immer nur auf das Alter herumzukauen. Ja? Also das nehme ich ja auch wahr. Jetzt gerade, wo ich jetzt hier anfange zu mischen gerade, weil während ich Karten mische, spüre ich auch schon die Botschaften, die jetzt immer, die jetzt durchkommen wollen. Ja? Ja, das kann jetzt natürlich sein, dass dir in der Vergangenheit Leid zugefügt wurde, dass man dich hintergangen hat, dass du feststellst, boah, ich wurde hier nur angelogen, ich wurde nur veräppelt, ich wurde nicht schön behandelt, ich wurde betrogen und so weiter. Ja, damit wirst du noch einmal konfrontiert, beziehungsweise fokussierst du dich darauf, aber es geht jetzt darum, mit dem Tod, der sagen möchte, jetzt lass los. Ja? Ja? Ja, natürlich, darfst du traurig sein, du darfst es natürlich fühlen, um Gottes Willen. Ja? Aber du darfst jetzt begreifen, dass es vorbei ist. Dieser Zyklus, das, was du durch, das, was du durchgemacht hast, auch in den letzten, ja, jetzt auch in den letzten Monaten zum Beispiel, das ist vorbei. Okay? Ich habe auch das Gefühl, dass einige von euch es mit jemandem zu tun haben, der so etwas sagen könnte. Ja, jetzt ist aber auch mal gut. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, schon, aber ich sage mal so, wenn man immer noch traurig über etwas ist, dann ist man auch noch nicht hundertprozentig über etwas hinweg. Wenn es noch etwas mit einem macht, dann ist man davon noch nicht hundertprozentig geheilt, sage ich mal. Ja? Also ja, einige von euch, ihr könntet es durchaus mit jemandem zu tun haben, der nicht hundertprozentig begreift, wie ihr tickt, was in euch vorgeht. Ja? Der Schwertkönig, der kann mit diesem Gefühlsgedöns nicht wirklich was anfangen. Ja? Und deswegen würde ich sagen, habe ich schon das Gefühl, dass einige von euch es mit jemandem zu tun haben, der sagen, jetzt hab dich mal nicht so, ne? Was ist denn nur los? Und, oh, das ist Vergangenheit, wie lange würdest du mir das noch vorhalten? Ne? Ja, das kann jetzt aber auf wenige zutreffen, aber dennoch kam es gerade durch. So, jetzt bin ich gespannt, was die Lenormarkarten sagen. Was sagt das Lenormark? Ich kann jetzt gerne drei Karten für die kommende Woche. Das ist der 18. November bis 24. November nächste Woche. Was kommt noch nächste Woche? Was sind noch die Energien in der nächsten Woche? Die ist mir jetzt so in die Hand gefallen. Die möchte ich auf jeden Fall schon mal. So, noch weitere Energien bitte für die nächste Woche. Der 18. bis 24. Nur November nächste Woche. Okay. Noch eine bitte. Oh, ne, das sind zu viele. Das sind etwas zu viele. Eine bitte noch. Okay, damit muss ich mal anfangen, weil ich die jetzt schon gesehen habe. Wir haben jetzt hier die Blumen. Die Blumen stehen natürlich für die Schönheit, sie stehen für eine Einladung, aber auch für eine Geste, für eine liebevolle Geste. Ich habe das Gefühl, dass die Karten sagen wollen, konzentriere dich jetzt auch mal wieder auf das Schöne im Leben. Also das wird auf jeden Fall wichtig werden, gerade wenn man jetzt durch so eine Zeit geht, wo es recht düster ist, wo man, ja, ja, wo es, ja, jetzt auch das Wetter, das ist ja jetzt auch wettertechnisch, das ist jetzt auch typisch November. Draußen ist es sehr, naja, sehr nass und es ist sehr trüb und es regnet vielleicht auch oft und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Karten dich jetzt auch darauf hinweisen möchten, suche auch wieder das Schöne im Leben. Streich jetzt zum Beispiel deine Katze am Kopf oder pflanze schöne, ja, oder gieße deine Blumen oder was weiß ich jetzt, ne, konzentriere dich auch mal wieder so ein bisschen auf das Schöne. Das ist das Gefühl, was ich hier so ein bisschen gerade reinbekomme. Was haben wir denn drunter für eine Energie? Der Bär, ach, guck mal, wie süß der ist. Der Bär kann natürlich für eine außenstehende Person stehen, aber auch für Stärke und Autorität, ja, was kann es hier wirklich bedeuten, dass du vielleicht eine Einladung bekommst von jemandem, höchstwahrscheinlich männlich oder aber es ist eine Frau, die auch in einer sehr maskulinen Energie ist, das ist durchaus auch möglich, ja. Also hier kann es durchaus, okay, ich bekomme gerade rein, das ist jetzt aber eine Botschaft, die ist schon sehr speziell und ich habe das Gefühl, dass einige oder vielleicht auch wenige von euch einen heimlichen Verehrer haben. Ich habe das Gefühl, ihr habt einen heimlichen Verehrer. Es kann sein, dass euch jemand Blumen schickt, es kann sein, dass ihr Komplimente bekommt von diesem Menschen. Ja, das ist das, was ich jetzt hier fühle. Ein heimlicher Verehrer. So, was haben wir hier? Stimmt, die hatte ich gesehen, das Buch. Das Buch, ja, kann auch für Geheimnisse stehen. Für etwas ist nicht wirklich klar, für etwas ist nicht offenkundig, für Geheimnisse. Allerdings muss ich sagen, das Buch, das ist hier offen. Ich habe das Gefühl, es kann jetzt wirklich sein, dass ein Geheimnis gelüftet wird. Es kann bedeuten, dass jemand seine Gefühle gesteht, dass jemand sagt, hey, ich mag dich. das ist durchaus möglich. Dennoch sind es hier, das ist auch wieder eine typische Skorpionenergie, Weil Skorpion ist ja auch so dieses Geheimnisvolle, dieses Mysteriöse und das passt ja auch ganz gut wieder zum Buch. Das kann jetzt zum einen bedeuten, dass dir etwas nicht hundertprozentig klar ist in Bezug auf deine Thematik. Es kann bedeuten, dass jemand Geheimnisse hat, vielleicht hast du auch ein Geheimnis. Das kann bedeuten, dass hier jemand auch hinterm Berg hält mit seinen Gefühlen. Und das passt irgendwo auch ganz gut, weil ich muss euch sagen, ich sehe einige von euch sowohl in dem Schwertkönig als auch in der Kelchkönigin. Ja, man hat hier, da ist sehr viel Gefühl, aber auch eine sehr starke Kopfenergie. So nach dem Motto, ich zeige nicht, wie ich mich fühle, ich mache das alles mit mir selbst aus. Deswegen kann es auch sein, dass einige von euch nächste Woche, ja, dass ihr einiges mit euch selbst ausmacht, dass ihr niemandem sagt, wie ihr euch fühlt, weil wir haben hier Geheimnisse, wir haben hier etwas sehr Verborgenes. Deswegen kann es also durchaus sein, dass du dir nicht in die Karten blicken lässt, wenn es um deine Gefühle geht, wenn es darum geht, was du gerade durchmachst. Ja, dass du das nicht unbedingt jeden auf dem Silbertablett servierst. Weißt du, das ist auch, hin und wieder ist das ganz gut. Okay, was haben wir hier? Die Ruten. Ah, wir sehen hier auch so ein bisschen Anspannung, durch den Blitz, der sich hier zeigt. Also es kann hier ein bisschen Stress geben, vielleicht auch ein bisschen Anspannung. Ich bekomme gerade rein, einige von euch, ihr könnt nächste Woche vermehrt vielleicht auch etwas schlechter schlafen. Und das ist gerade aktuell der Fall, dass ihr ein bisschen schlechter schlaft, schläft, schlaft. Es kann bedeuten, dass einige von euch auch vermehrt Kopfschmerzen haben könnten. Das bekomme ich hier gerade rein. Aber hier sehe ich, ja, Gespräche können hier noch einmal stattfinden. Es kann bedeuten, dass ein Geheimnis ausgeplaudert wird. Wie gesagt, das Buch ist hier offen und ich muss auch schauen, was drauf ist, auf den Karten. Ja, es kann jetzt also sein, dass dieser Mensch hier etwas sagt, dass jemand sein Schweigen bricht. Das ist durchaus denkbar. Es kann auch bedeuten, dass du dein Schweigen brichst. Ja, weil die Ruten können für gewisse Gespräche stehen, für einen Anruf, vielleicht lädt dich auch jemand ein. Das ist durchaus möglich, vielleicht bekommst du eine Einladung, dich ruft jemand an, du bekommst eine Nachricht. Ja, aber die Ruten stehen ebenfalls auch für Anspannung, für Stress und Konflikte. Also entweder ist es so, dass du dich mit jemandem streitest, sage ich jetzt mal ganz so, wie es ist. Es kann auch lediglich bedeuten, dass du dich angespannt fühlst, dass dich etwas, dass dich etwas triggert, dass dich, dass dich eine Thematik, diese hier mit dem Terror, ne, dass sich das Ganze wirklich unruhig macht, dass dich das stresst und dass du deswegen auch vielleicht etwas angespannt bist. So, schauen wir doch mal weiter. Eine Art Überraschung könnte auch auf einige von euch zukommen, weil die Blumen stehen auch für eine Überraschung. Es kann bedeuten, dass eine plötzliche Überraschung auf euch zukommt. Aber jetzt bin ich gespannt, was nächste Woche das Hauptthema ist. Okay, die Hauptthematik bitte in der nächsten Woche im Kollektiv. Was ist die Hauptenergie, die Hauptthematik in der kommenden Woche? Der 18. bis 24. November. Nächste Woche. Was ist die Hauptenergie, was ist die Hauptenergie, das Hauptthema im Kollektiv in der kommenden Woche? Nee, ich möchte nicht so viele. Bitte nur eine. Maximal zwei. So, das Hauptthema, die Hauptenergie in der nächsten Woche. Was ist das Hauptthema? Okay, da ist sie. So, ich gucke mir aber erst mal die Karte drunter an. Da haben wir, ach guck mal, krass. Es geht hier um eine Segnung bezüglich eines frischen Startes. Es geht hier also um einen Neubeginn. Ja, das kann jetzt wirklich bedeuten, dass du nächste Woche etwas Neues beginnst. Es kann wirklich bedeuten, dass, wie ich das eben oder ganz am Anfang schon gesagt habe, dass ein neuer Zyklus auf euch zukommt. Dass ein alter Zyklus jetzt hier losgelassen wird. Du dabei bist, loszulassen. Du dabei bist, nun weiterzuziehen. zu ziehen. Und somit zeigt sich auch hier schon ein frischer Start. Auch wenn erst mal im Verborgenen. Weil ich habe wirklich das Gefühl, das Ganze ist jetzt vor allem erst mal im Verborgenen. Weil wir haben hier auch das Buch, es steht nun einmal für gewisse Geheimnisse, für etwas Verborgenes. Ja, es steht auch für gewisse Informationen, für Fakten und so weiter. Das auf jeden Fall. Es kann auch sein, dass hier gewisse Fakten auf den Tisch gehauen werden, dass hier etwas klar wird. Aber ich habe das Gefühl, ein frischer Start im Verborgenen ist deshalb noch im Verborgenen, weil einige bisher oder weil einige von euch bisher noch nicht so weit waren, sich auf etwas Neues wirklich einzulassen oder sich Neuem gegenüber zu öffnen. Ja, das ist völlig normal, aber es zeigt sich hier dennoch. Und ich habe auch das Gefühl, dass ihr auf einem sehr, sehr guten Weg seid, um euch wieder dem Neuen zu öffnen. Auch wenn es erst mal Angst macht. Ja, hier geschehen richtig krasse Transformationen und da fällt mir gerade ein, krass, das fällt mir jetzt gerade ein, dass am 19.11., das ist glaube ich, ja, das ist Dienstag, da wechselt der Pluto in den Wassermann und da bleibt er auch erst mal für eine gewisse Zeit. Und das ist eine Energie, ja, der Wandlung, der Veränderung, der Transformation. Und Pluto regiert ja auch den Skorpion und Skorpionenergie, die haben wir hier ganz extrem ja, also hier, man kann sagen, ab der nächsten Woche geht es los mit Loslassen, Transformation, ja, krass, ist mir jetzt gerade eingefallen. Gut, was haben wir hier? Was ist rausgefallen? Hauptthema, Hauptenergie, nächste Woche ein neues Wagnis. Auch hier geht es um etwas Neues, ein neues Wagnis. Es kann bedeuten, dass du wirklich nächste Woche oder ab der nächsten Woche etwas Neues riskierst, dass du dich neuem gegenüber öffnest, dass du, ja, zum Beispiel beginnst du ein neues Hobby, du beginnst damit, Sport zu machen, du beginnst einfach einmal irgendwas Neues, ja, was deine Neugierde weckt zum Beispiel auch. Du riskierst etwas, du bist mutig, du konzentrierst dich auf dein Ziel. Ein frischer Start, wenn du es so möchtest, ein Neubeginn und auch hier wieder ein neues Wagnis. Also hier kommt auf jeden Fall etwas Neues, ihr Lieben. Die Neubeginnsenergie, die ist hier auf jeden Fall schon zu sehen. Ja, es kann bedeuten, dass noch einmal bei einigen von euch die Vergangenheit an der Tür klopft die Vergangenheit sich hier bemerkbar macht, sich zeigt. Es geht hier also auch wieder um das Loslassen, emotionales Loslassen, das Verarbeiten von etwas, sich nun auch jetzt auf den Weg machen, in die Richtung, in die du jetzt gehen möchtest. Okay. So. Bitte weitere Energien für die kommende Woche. Bitte weitere Botschaften für die kommende Woche. Da hätte ich ganz gerne zwei Karten. Weitere Hinweise jetzt für die nächste Woche. Was kommt noch? Der 18. bis 24. November. Welche Energien, Botschaften zeigen sich noch für die kommende Woche? Nummer eins. Ich hätte ganz gerne noch eine für die nächste Woche. Noch eine bitte. Jawohl. Das war super. So, die eine hebe ich mal auf. So. Alles klar. Wir gucken drunter, ihr Lieben. Da haben wir die Wahrheit. Die Wahrheit wird am Ende sowieso siegen. Das kennen wir ja alle. Und ich habe auch das Gefühl, jetzt auch gerade hier mit dem Buch, das öffnet sich gerade. Zum einen denke ich, dir wird etwas klar. Du wirst die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind und bist nicht länger in der Lage, vor etwas davon zu laufen, falls es bei dir so gewesen sein sollte. Und das spüre ich bei einigen von euch. Manchmal ist es wirklich schmerzhaft, sich gewissen Tatsachen auch einfach zu stellen. Ja, manchmal ist es schmerzhaft, einfach auch mal der inneren Stimme zu vertrauen, wenn sie sagt, das wird nichts. Zum Beispiel. Und hier habe ich das Gefühl, die Wahrheit zeigt sich. Die Wahrheit offenbart sich. Wir sehen hier, der Mond, der wird hier, wenn er aufsteigt, der aufsteigende Mond ist das übrigens, der wird hier immer größer. Ja, die Wahrheit wird immer und immer sichtbarer, immer spürbarer für euch. Ja, das kann jetzt auch ein Hinweis darauf sein, dass jetzt einige von euch jetzt dazu auch aufgerufen sind, der eigenen Wahrheit zu folgen. Ja, auch wenn das bedeutet, sich jemandem oder etwas zu entsagen, was oftmals schwer ist. Vielleicht aber auch nicht. Okay, so, was haben wir denn hier? Geduld, Mondzyklen. Zyklen, da habe ich auch wieder so ein bisschen das Gefühl, dass, okay, ich habe das Gefühl, einige von euch rechnet auf jeden Fall damit, rechnet mit Gefühlsschwankungen, rechnet mit Stimmungsschwankungen, rechnet mit Gefühlsschwankungen auch so ein bisschen, ja. Aber wir haben hier auch wieder die Zyklen und auch das Rad des Schicksals steht für Zyklen. Also zum einen, ja, ein Zyklus geht zu Ende, ist dabei, zu Ende zu gehen. Der Tod zeigt sich. Gleichzeitig sagt man hier auch, habe ich hier Geduld. Alles zu seiner Zeit. Jeder Mensch hat seinen eigenen Rhythmus. Also höre bitte auf, falls du es tun solltest, höre also bitte damit auf, dich mit anderen zu vergleichen. Höre auf damit, deinen Weg mit dem eines anderen zu vergleichen. Du bist ganz anders als XY. Ja? Deswegen, habe ich hier Geduld, sei auch geduldig mit dir. Lass dich hier nicht aus der Ruhe bringen. Alles zu seiner Zeit. Vielleicht sagst du dir jetzt, warum bin ich denn noch nicht so weit? Warum kann ich dieses oder jenes noch einfach noch nicht umsetzen? Hab doch einfach mal Vertrauen. Deine Seele weiß, was sie tut. Ja? Sei hier auch geduldig. Auch wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, die Wahrheit in Bezug auf etwas oder jemanden zu erfahren. Bisher kann es vielleicht sein, dass du nur eine bestimmte Vermutung hast in Bezug auf jemanden. Ja? Und wenn es darum geht, dass man jetzt hier zum Beispiel die Wahrheit herausfinden möchte, dann sei diesbezüglich geduldig. Alles zu seiner Zeit. Was haben wir hier? Fokus. Es geht hier um deinen Fokus. Wo liegt aktuell dein Fokus? Das, worauf du dich die ganze Zeit fokussierst, das wird mehr. Ich weiß, einige von euch, ihr könnt es wahrscheinlich nicht mehr hören, diese ganzen kosmischen Weisheiten und sowas, aber im Prinzip ist es so. Das, worauf du dich fokussierst, das wird mehr. Und wie ich dir das eben auch schon gesagt habe, die Blumen sagen dir oder möchten dir sagen, konzentriere dich auch mal wieder auf das Schöne und nicht mehr auf das, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist. Auf das, auf Untreue, auf Betrug, auf Lügen und so weiter. Ja, wir wissen, dass es passiert ist. Oder ich weiß nun, dass es passiert ist bei dir. Ja? Jetzt ist an der Zeit, hey, konzentriere dich jetzt auch mal wieder auf das, auf etwas anderes. Ja, also ich habe auch, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ach, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ich versuche es jetzt gerade so ein bisschen in Worte zu fassen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, zum Beispiel ist es so, du machst dich jetzt auf deinen Weg und dann gibt es immer irgendetwas, was dich wirklich davon wegzieht, was dich davon abhält, wirklich weiter deinen Weg zu gehen. Es geht darum, bleibe fokussiert. Sorge dafür, dass dein Geist stärker ist als irgendwelche Emotionen oder irgendwelche Ablenkungen. Ja? Es geht hier auch um Meisterschaft. Da spüre ich auch gerade die Botschaft. weil der Schwertkönig hier, das ist jemand, der beherrscht sich seine Gedanken, aber auch seine Gefühle. Ja, er kann manchmal vielleicht auch davor weglaufen, das ist durchaus möglich für einige von euch, wie ich das vorhin schon gesagt habe, aber auch ein Schwertkönig kann durchaus einfühlsam sein. Und wie ich das schon gesagt habe, ich spüre einige von euch in dieser Energie, sowohl dort als auch dort. Ihr könnt sowohl so sein als auch so. Okay, was ist jetzt hier, warte mal, ich versuche mich jetzt nochmal hineinzufühlen und mal zu spüren, was ich dazu jetzt noch für Botschaften bekomme. Was für Energien zeigen sich denn da jetzt noch? Schwertkönig. Es kann bedeuten, dass auch ein Gegenüber von euch jetzt auch in diesen Energien ist wie Verlust, dass auch dieser jemand gerade wirklich durch Gefühlen von Trauer und Traurigkeit und so weiter durchgeht. Aber ich denke auch, dass dieser jemand sich das vielleicht nicht unbedingt hundertprozentig eingestehen möchte. Vielleicht ist dieser jemand zu beschäftigt. Vielleicht ja, vielleicht wird er sich zu sehr ablenken. Ja, auch. Also, ganz ehrlich, ihr Lieben, das wird eine intensive Woche. Es wird eine intensive Zeit. aber alles hat seinen Sinn. Okay? So, jetzt noch ein paar letzte Botschaften. Hätte ich ganz gern zwei. Zwei Karten, zwei Botschaften jetzt zum Abschluss für das Kollektiv in der nächsten Woche. Der 18. bis 24. November. Nächste Woche. Die Abschlussbotschaften bitte jetzt noch für die kommende Woche. Abschlussbotschaften für die kommende Woche. Das sind drei. Die hier auf jeden Fall, die nehme ich zurück. Also, die will schon mal. Wenn Karten so übernannt herausfallen, nicht wundern, wenn die so herausfallen, dann mache ich das in der Regel nicht. Das habe ich für mich so festgelegt. Von daher ist es auch richtig. Jeder Kartenleger macht das anders. So, noch eine Botschaft zum Abschluss. Was ist jetzt hier noch die Botschaft für die kommende Woche, für das Kollektiv? Ja, ist in Ordnung. Ich mache es doch schon. Hat die sich nicht eben schon gezeigt? Oder bilde ich mir das gerade ein? Gut, das war jetzt ein Hinweis. Ja, auch ich darf ab und zu auch mal klein beigeben. Vielleicht war ich da jetzt auch ein bisschen wie der Schwertkönig, ein bisschen so sehr strikt und nach Regel und alles. Das ist bei mir oftmals. Aber gut, das hätte jetzt was zu sagen und von daher ich höre jetzt auch drauf. Einige von euch höre ich jetzt sagen, das geht doch so ein bisschen. Okay, du kommst jetzt erstmal wieder hier dahin und wir haben jetzt hier folgende Energie unten drunter. Da haben wir okay, es ist wie es ist, aber es wird, was du daraus machst. Fokus. Wo liegt dein Fokus? Ja, die Dinge, es gibt Dinge, die kann man nicht verändern und ich habe das Gefühl, es gibt auch bei dir persönlich irgendetwas, was man nicht ändern kann und darüber wird man sich jetzt nun hier bewusst, darüber wirst du dir bewusst oder bist du vielleicht auch schon im Klaren darüber, aber lass dir bitte auch gesagt sein, wie es wird, hängt davon ab, was du eben daraus machst. Du kreierst jetzt, heute, immer in jetzt, also immer im jetzt, dein nächsten Moment, deine Zukunft, dein Morgen. Erinnere dich bitte mal daran, okay? So, ihr kommt jetzt mal hier rüber, dann haben wir die erste Karte, sanft oder soft zu sein bedeutet auch, kraftvoll zu sein, ja? Also hier ist jetzt wirklich ein Hinweis darauf, das ist echt unglaublich, einige von euch, ihr seid hier wirklich in der Schwertkönig-Energie. Ihr seid hier wirklich, nein, ich muss jetzt stark sein, nein, ich muss jetzt funktionieren, nein, ich kann jetzt nicht schon wieder weinen, nein, ich kann jetzt nicht schon wieder traurig sein, ne? So dieses in der Richtung, nehme ich hier wahr, aber hier wird auch gesagt, hey, sanft zu sein und auch mal Gefühle zu zeigen und auch mal eine Schwäche zuzugeben, bedeutet auch gleichzeitig kraftvoll zu sein. Das ist keine Schwäche, wenn man auch mal einen schlechten Tag hat, wenn man einfach auch mal sich eingesteht, hey, ich bin gerade müde, ich kann gerade nicht, ich möchte jetzt am liebsten rumliegen und mich auskurieren, das ist doch okay. Mensch, du bist ein Mensch und keine Maschine. Okay? Das wird hier auf jeden Fall gesagt. Also sanft zu sein ist auch, also bedeutet auch gleichzeitig kraftvoll zu sein. Aber vor allem habe ich auch das Gefühl, dass es darum geht, sei auch mal sanft zu dir selbst, weil einige von euch, ihr geht hier schon sehr, sehr hart mit euch ins Gericht. Ja? Das ist schon sehr sichtbar. Zeige auch mal deine Gefühle. Die Königin der Kirche zeigt ihre Gefühle. Ja? Und das kann jetzt bedeuten, dass einige von euch als Schwertkönig jetzt auch mal aufgerufen sind, Gefühle zu zeigen und nicht länger davor wegzulaufen. Nicht länger zu sagen, ach so schlimm ist es gar nicht. Nö, ach, ne, also das nehme ich hier dann noch wahr. Sei ehrlich, sei hier authentisch, gesteht ihr dir Wahrheit ein. Oh, Trunter, das ist spannend. Gesteht ihr auch mal ein, wenn du Angst hast, stell dich deinen Ängsten. Ja? Sag auch mal, ja, ich habe Angst. Und sag nicht länger, nö, ist nicht so. Ne? Okay, die beiden, was haben wir denn hier Schönes? Du musst nicht alles auf einmal machen. Ja, das kann jetzt bedeuten, dass einige von euch nächste Woche sehr beschäftigt sind, dass du sehr viel arbeitest, dass du dir vielleicht auch sehr viel zumutest. Vielleicht möchtest du mehreres Neues gleichzeitig beginnen, weil wir haben ja hier den frischen Start und auch ein neues Wagnis. Hier wird gesagt, hey, du musst ja nicht alles auf einmal machen, weil dann, wenn du alles auf einmal machst, überforderst du dich und es kann auch dafür sorgen, dass du es nicht durchziehst. Ja? Also hier alles, also nicht alles auf einmal, sondern Schritt für Schritt. Okay? So, was haben wir hier Schönes? Oh Gott, das ist viel zu viel Text. Aber gut, ich lese dir mal vor. also mach dein Ding und vertraue auf dein Bauchgefühl. Siebenter Schwerte, das ist ein Hinweis darauf, dass man eben nicht sein Ding macht. Die Fähigkeit, im entscheidenden Moment genau zu wissen, was das Richtige für dich ist, kannst du erlernen, indem du immer wieder bewusst in dich hinein spürst. Die Ruhehaltung. Lege dich auf den Rücken und spüre der Reihe nach in jedem Körperteil hinein. Angefangen bei den Fußsohlen bis hin zu deiner Nasenspitze. Nimm bewusst wahr, wo du dich gut fühlst und ob Spannungen oder Schmerzen zu spüren sind. Die Ruten. Schicke deinen Atem zu den Stellen, die besondere Aufmerksamkeit benötigen. Das kannst du gerne mal machen. Diese Übung, kannst du ja immer mal wieder zurückspulen, wenn du möchtest. Und das einfach auch mal machen. Aber hier wird gesagt, mach jetzt hier dein Ding. Vertraue auf dein Bauchgefühl. Dein Bauchgefühl, deine innere Stimme, die haben immer recht. Die haben immer recht. Und einige von euch, ihr seid schon mit dem Schwertkönig sehr im Kopf. Sehr, sehr in den Gedanken. Und deswegen macht sich jetzt hier auch schon die Intuition beziehungsweise auch mal das Gefühl bemerkbar, weil es jetzt sagen möchte, hey, höre doch auch mal bitte auf mich. Also wenn du irgendwelche Beschwerden hast oder auch körperliche Schmerzen, dann darfst du einfach mal endlich hineinspüren. Wo drückt es denn gerade? Welche Körperteile brauchen jetzt besondere Aufmerksamkeit oder besondere Wertschätzung und Liebe und so weiter? Ja. Die Fähigkeit, im entscheidenden Moment genau zu wissen, was das Richtige für dich ist, kannst du erlernen, indem du immer wieder bewusst in dich hineinspürst. Einfach auch mal Meditationstechniken machen oder Yoga-Übungen oder, ja, bewusste Atemübungen. Da kannst du das einfach mal lernen, wenn du es möchtest. Ne? Ist ja alles auch kein Muss. Ihr Lieben, ich denke, ich habe alles gesagt, was zu sagen ist. Und, ja, also ihr Lieben, ich kann jetzt noch nicht sagen, ob nächste Woche eine Legung zwischendurch kommt. Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben, weil ich möchte schon anfangen mit den Sternzeichenlegungen für Dezember. Und deswegen, die brauchen auch immer meine besondere Aufmerksamkeit. Und deswegen, ich kann es noch nicht versprechen, aber ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, ich habe, denke ich, alles gesagt, was zu sagen ist. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich sage, danke fürs Zusehen. Und wenn das Video geholfen und, ja, ebenfalls gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Like, über ein Abo und auch über einen sehr, sehr lieben Kommentar. An dieser Stelle sage ich jetzt auch einfach mal wirklich Dankeschön. Danke für eure ganz, ganz tolle Unterstützung, weil ohne euch, ganz ehrlich, ohne euch wäre dieser Kanal nichts. Ohne euch würde ich das Ganze hier für euch nicht machen. Von daher, ihr Lieben, vielen, vielen lieben Dank. Und ich freue mich deswegen umso mehr, wenn ich euch, ja, helfen kann. Okay? Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.